ja moin moin und willkommen zurück bei let's play gothic die mini ist wieder ein bisschen heller also es war tatsächlich beim letzten mal einfach ein spielfehler ihr müsstet das auch sehen können weil dadurch dass es heller ist muss ich bisschen weniger effekte draufklatschen dadurch glüht alles ein bisschen weniger sollte zumindest so sein vielleicht ist es so hoffentlich so und jetzt habe ich aber was gemacht ich habe nämlich heute morgen mich mal hingesetzt und auf der seite ein intro erstellt ist also es ist wirklich ein ganz billiges intro nur ich habe da einfach nur eine vorlage genommen von jemand anderem die also die jemand anders dort erstellt hat und habe das ein bisschen umgeändert für mich weil also was so was kann ich auch einfach nicht aber ich fand ein intro ist vielleicht ganz cool ich werde das jetzt also ab jetzt in die in die folgen mit rein packen mache aber unter dieser folge hier wenn ich hoffentlich daran denke eine abstimmung ansonsten wenn ich nicht daran denke dann müsst ihr mich mal darauf hinweisen dann kommt das unter eine der nächsten folgen ich hoffe aber ich denke daran dass in diese folge hier zu machen mache ich eine abstimmung rein ob ihr das intro gut findet oder nicht ob ihr überhaupt ein intro wollt oder ob ihr ohne intro besser findet oder ob ihr weil sie das intro nicht gut findet doch lieber ein anderes hättet dann müsste ich mich nochmal hinsetzen und nochmal eins machen und dann müssen wir diese abstimmung dann halt in dem fall nochmal wiederholen aber ich denke ich denke das sollte ja eigentlich kein kein problem sein ja also würde ich mal sagen intro ab so ich hoffe ich hoffe das war jetzt nicht zu zu furchtbar das intro ich meine es ist ja nur ganz kurz und wie gesagt auch ein ganz billiges intro also wirklich nichts nichts besonderes wir gehen jetzt mal das zahnrad abgeben würde ich sagen ist das eine wohltal wieder ein bisschen was sehen zu können ich sehe auch jetzt nicht so wahnsinnig viel mehr aber aber schon doch also schon schon um einiges mehr als noch in der letzten folge ich habe das zahnrad geben ich habe das zahnrad ich denke das wird klappen zu dir du suchst das nest der maincrawler geh mal zu aska er soll das tor öffnen damit du die dunklen schächte durchsuchen kannst sag ihm einfach alles wird gut dann wird er wissen dass ich die erlaubnis gegeben habe ich suche immer noch das nest der crawler ich sagte doch geht zu aska er ist der anführer der gardisten du findest ihn irgendwo auf der untersten ebene ich schaue mich mal um mach keinen ärger unterste ebene also gut dann wollen wir da mal hingehen ja ja doch ich sie auf jeden fall mehr so während wir ich laufe mal in die falsche richtung anscheinend ich laufe ein bisschen langsamer ja stimmt ich muss ja hier runter dann kann ich nämlich noch mal eine andere sache ansprechen und zwar folge 19 war es glaube ich da habe ich ja im im tempel im sumpflager die beiden damen die dort sind so gut ich das eben hinbekommen habe wo ich glaube ich glaube der der wollte auch irgendwas habe ich ja so gut ich eben konnte zensiert und ich weiß nicht ob das nötig ist also aus meiner sicht ist das absolut nicht nötig eigentlich frauen zu zensieren nur weil sie frauen sind ich habe das ja auch unter dem video in die beschreibung geschrieben also die die beschreibung von dem video die steht zum heutigen zeitpunkt schon schon so heute ist der erste juni also sehr viel früher als dieses video dann hochgeladen wird bei velaya in folge 17 glaube ich fand ich es angebracht weil die war schon also da hat nicht mehr viel gefehlt so völlig nackt und ich glaube ich glaube nacktheit auf youtube ist so eine sache das sollte man sollte man nicht machen die beiden frauen im sumpflagertempel also ich meine im endeffekt sind es sind es sind es echt sehr eckige sehr eckige modelle einfach aber das sei mal dahingestellt wir sagen jetzt einfach mal frauen der einfachheit halber ich weiß nicht also ich habe das jetzt vorsichtshalber mal gemacht dass ich die zensiert habe weil ich eben einfach kein problem mit mit youtube oder mit sonst irgendwem bekommen möchte wegen potenzieller nacktheit so ich kenne mich da einfach zu wenig aus auf youtube um um jetzt sagen zu können ob das ob das so so nötig ist oder nicht ich finde es aber einfach bescheuert dass dass man sich überhaupt diesen diese gedanken machen muss egal weiter im text ich werde die folge heute ein paar minuten länger machen weil ich jetzt hier am anfang schon wieder so viel rumgelabert habe wir reden mal mit gorner kosch was machst du hier ich jage mein crawler kannst du mir was über die crawler jagd erzählen beim crawler jagen gibt es nur eine regel wenn du sie siehst lauf auf sie zu und töte sie so schnell du kannst kämpfe ohne furcht und töte ohne gnade okay und gorner wie gorner wiet ich suche das nest der mine crawler hier in der mine gibt es viele höhlen neben dem haupt schacht aber dort haben wir noch kein nest gefunden der schläfer erwache ich habe gehört du bist der schmelzer du bist ja ein ganz schlauer wursche warum stehst du da eigentlich im boden drin das sieht nicht so gesund aus der ork auch ich habe gehört ihr schmelzt nur ein teil des erzes ein früher haben wir alles erz eingeschmolzen aber damit waren gommes und die magier nicht einverstanden wochenlang haben sie sich herumgetrieben und dann das erz und alles andere untersucht ja mir rumgeschnüffelt ihre feinen nasen in sachen gesteckt von denen sie keine ahnung haben das ende vom lied war dass wir noch einen teil des erzes einschmelzen magier sind nicht mehr herunter gekommen kannst du mir erz geben wenn du mir waren geben kannst schön dass auf einmal eine andere stimme hat 750 gucken das ist 740 das ist schon mal gut dann können wir das auf jeden fall mal loswerden das ding und dann haben wir noch irgendwelche billig waffen ja wir haben hier noch eine spitzhacke das stahlgeflecht ist auf jeden fall zu wertvoll ja gut dann verkaufen wir mal die was eigentlich können wir auch noch ein paar pfeile geben dann kommt dann kommen wir auf die 750 und dann hat sich die sache so wie viel erz haben wir denn nicht die letzte aufnahme ist zwei tage her und ich weiß gar nichts mehr okay wir haben 7595 erz das ist auf jeden fall schon mal ganz gut was denn hier mit dem gadist erzähl mir von der mine die buddler schürfen des erz und wir beschützen sie vor den da rennt einfach der eine buddler weg wer hat ihr das sagen ihn und askern wende dich an sie wenn du was willst weißt du was über die crawler die ganze brut sollte man ausrotten die steht man gehe mir nicht auf den sack okay ich glaube mit dir haben wir quasi auch schon geredet hallo wir gehen mal hier rein weil ich glaube hier sind auf jeden fall auch mein crawler ja hier sind auf jeden fall auch mein crawler ich habe auch hier gerade schon den einen buddler umgebracht der hier einfach so wie ein idiot reingerannt ist und du auch so ja wir schauen mal was wir in dieser folge jetzt hier so genau machen gab nein der hatte namen ja das tut mir leid da müssen wir neu laden also das verdammt ich war hier jetzt muss ich mal nach dem spielstand suchen so wir haben hier ich muss mal eben ich lade noch mal eben den spielstand damit ich hier noch mal schnell mein 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 folgen beginn save machen kann und dann gucken wir mal nach einem besseren spielstand so wir haben hier beiden ja gut der ist jetzt nicht so lange her das tut mir leid aber ich möchte ungern das gab jetzt hier einfach verreckt ich werde mal an allen vorbei rennen und mal da hinten reingehen und mal hier den mine crawler umbringen damit er hier schon mal nicht rauskommen kann ein moment jetzt kommen ich möchte natürlich nicht das wo ist denn hier es gab ok gut dann wäre jetzt mal hier speichern bei dem brauchen wir nicht mehr reden und ich mache auch die gespräche mit denen hier die mache ich jetzt einfach mal schnell blablabla der schläfer ja ja der schläfer der wache und dann auch du noch so und dann verkaufen wir dir schnell noch unser unseren krempel kannst du mir erz geben wenn du mir waren geben kannst so dann nehmen wir uns schnell hier die 750 wieder raus einmal das einmal das und einmal das und achtmal das jetzt können wir vielleicht mal mit dem orc reden orc ne ich glaube mit dem kann man nicht reden na gut dann reden wir jetzt einfach mal mit garb dann ist es mir natürlich auch egal wenn der stirbt wir speichern hier nochmal gerade ja ab was macht der orc hier die gardisten haben ihn gefangen seitdem wird er hier zur arbeit gezwungen er ist ja noch nicht mal angekettet warum haut er nicht einfach ab er hat es einmal versucht die gardisten haben ihm so stark zugesetzt dass er ein paar wochen nicht laufen konnte seitdem hat er nie wieder versucht zu fliehen ok wegen der information habe ich jetzt neu geladen na gut gut wir wissen jetzt dass die gardisten äh ziemlich fiese fieslinge sind hey du hey hier waren eben nur zwei crawler drin war der eine crawler der bevor wir geladen haben da reingestürmt ist war der von hier wahrscheinlich oder muss er ja dann fahren aber hä wie kam der denn dann das ergibt ja alles gar keinen sinn Knochenbogen können wir den benutzen nee und den wollen wir auch gar nicht benutzen so dann gehen wir mal hier rauf gucken wir mal ob hier irgendwas ist das sind halt so sachen die die ich ganz am Anfang mal meinte ich also ich habe das spiel ja schon öfter gespielt aber ich weiß jetzt zum beispiel überhaupt nicht mehr hier liegt ein ring irgendeine gewandtheit was macht der kann man mit dem irgendwas anfangen geschicklichkeitsbonus 5 naja gut also ich weiß jetzt zum beispiel so sachen nicht mehr liegt hier oben überhaupt irgendwas was ist der ring der gewandtheit weiß ich alles nicht ich weiß ungefähr wo wir hin müssen jetzt oder beziehungsweise jetzt weiß ich sogar ziemlich genau wo wir hin müssen aber ups falsche taste aber ja viel tiefer reicht mein bisschen halt dann auch nicht mehr also hier ist jetzt hier ist jetzt wieder ziemlich dunkel und ich bin mir sicher dass hier noch minecrawler sind und jep naja gut es sind nur noch zwei das ist jetzt ich wollte ihm eine chance geben immer nur von rechts nach links gehauen so hier weiß ich auch noch dass hier was liegt extrakt manische energie höllenbilds und der steinbrecher genau hier liegt eine einhandwaffe mit 37 das ist viel mehr als wir aktuell machen jetzt müssen wir aber erstmal irgendwo nochmal kurz eine Fackel an ja da ist noch ein anderer Trank gewesen ja schürfen können wir irgendwie nicht also das hatte ich ja mal ausprobiert also wir können schürfen aber es bringt halt nichts und dann sehe ich auch ehrlich gesagt den Sinn darin nicht so ganz so wir gehen mal hier ins Licht weil ich will nämlich wissen wie viel kürzer unsere Reichweite wird aber ich glaube die wird gar nicht kürzer oder so das ragt bis ja ok bis dahin und das Schwert werden wir das ziehen ja doch die geht das geht aus dem Bild raus dann bleiben wir beim Schwert vier Punkte vier Punkte weniger dafür mehr Reichweite ist mir lieber so gute Lagardist mit euch reden wir nicht hier ist noch ein Porg Sklave können wir mit dem reden es sieht ehrlich gesagt nicht so aus ich glaube das hier ist der Stampfer für den wir das Zahnrad besorgt haben ich bin zwar nicht hundertprozentig sicher aber schon sehr so 90 würde ich sagen 90% so hier ist Erz und hier oben müsste Asgarn sein Gibt's Gibt's hier noch Buddler mit denen man reden kann nein was ich mich gefragt habe was passiert eigentlich obwohl ne ist egal ist egal wir ja ich spreche jetzt einfach nochmal und dann reden wir mal mit Asgarn es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben dieser ganze verdammte Berg ist ein einziges Nest warum ist dieser Schacht versperrt egal wie viel Crawler wir getötet haben von dort kamen immer wieder mehr dann wird dort irgendwo ein Nest sein lass mich das Tor öffnen nein erst wenn Ian die Erlaubnis gibt wird dieses Tor geöffnet vorher geht gar nichts hey Asgarn du kannst das Tor öffnen ich habe dir schon einmal gesagt nur wenn Ian Asgarn alles wird gut und einen schönen Gruß von Ian na gut wenn Ian die Verantwortung übernimmt aber nur unter einer Bedingung Spuck's aus was für eine Bedingung besorge erstmal zwei bis drei Templer zur Verstärkung ich will nicht alleine hier stehen falls die Crawler aus dem Schacht kommen so du hast ja eine Hieb oh Gott Mist das muss ich jetzt rausschneiden eine Sekunde einmal geräuspert jetzt müsste es eigentlich besser gehen äh ja ich will also ich versuche das zu vermeiden Sachen rausschneiden zu müssen weil es ist so unnötige Arbeit irgendwie wenn ich mich stattdessen einfach kurz in der Aufnahme muten kann oder so aber so Gornavid Licht besorgen wir schon mal ich brauche deine Hilfe ich bin auf der Suche nach Sekret für Kalom und weiß wo sich das Nest der Crawler befindet wenn der Durchgang geöffnet wird bist du dabei der Kampf gegen Crawler kostet Blut wenn du mir einen Heiltrank bringst bin ich dabei ja das ist ja kein Problem vielleicht hilft dir das danke du kannst auf meine Stärke zählen wir treffen uns unten bei Askan ich werde dort sein lass mich vorbei äh wo ist der andere da Gornakosch ich weiß wo das Nest der Crawler ist und werde hineingehen und etwas suchen aus dem Kalom ein stärkeres Elixier brauen kann dann wirst du meine Klinge brauchen ich bin dabei gut wir treffen uns beim großen Durchgang lass mich vorbei so und dann holen wir noch den dritten von hier oben und dann können wir uns eigentlich auch um die um das Crawler Nest schon kümmern da ein bisschen was auseinander pflücken und dann müssten wir eigentlich auch schon fertig sein mit der Mine Warner Bar ich brauche deine Hilfe ich bin auf der Suche nach Sekretio Kalom und glaube zu wissen wo das Nest der Crawler ist wenn der Durchgang geöffnet wird bist du dabei das Nest der Crawler endlich mein Schwert kämpft für dich lass mich mal vorbei auf den warten wir jetzt allerdings nicht weil der läuft ja jetzt das habe ich irgendwie nicht bedacht der latscht jetzt einfach dahin der hätte mir erst zu dem gehen müssen dann wäre es vielleicht äh vielleicht okay gewesen aber ich denke die beiden hier sollten ja reichen ja wir hauen ja so einen Crawler auch mit zwei bis drei Schlägen um je nachdem ob wir im Crit landen oder nicht wenn nicht brauchen wir drei ich denke das ist in Ordnung und zwei Templer sind ja schon da Asgarn macht das Tor auf alle Vorbereitungen sind getroffen das Tor kann geöffnet werden in Ordnung dann öffne du den Schacht der Tanz kann beginnen so ich glaube wir heilen uns nochmal lieber so zwei Stückchen Fleisch so zwei Stückchen Fleisch so zwei Stückchen Fleisch das ist gut erwache der Schläfer erwache okay hat jetzt nicht so viel zu sagen hast du was zu sagen der Schläfer erwache lass mich vorbei woher kommst du denn jetzt her jetzt haben wir einmal die Erfahrungspunkte verpasst Hallo okay Asgarn hat auch nichts zu sagen dann gehen wir einfach hier rein sammeln noch die Zangen auf und brauchen wir die ganzen Crawler hier oben und suchen mal das was das bessere Sekret liefern soll kommst du her ne ja ich weiß ich also es ist definitiv definitiv sehr viel heller hier ähm in meinem in meinem Zimmer hier ist es ungefähr gleich dunkel oder hell wie es in der letzten Aufnahme zum Ende hin war irgendwie war das komisches Timing sollten wir grad ein bisschen was heilen von daher kann es auch nicht an der in meiner Raumhelligkeit liegen der Bildschirm ist so eingestellt wie auch in der letzten Aufnahme also ich ich weiß nicht warum das in der letzten Aufnahme am Ende so so extrem dunkel war verstehe ich nicht aber ist egal ich äh es hat ja auch so funktioniert und äh ja das ist eigentlich alles worauf es ankommt was haben wir hier ich glaub das ist nur der Anfang man läuft da so eine Schleife einfach so so hier sieht's auf jeden Fall äh aus als wären wir richtig so dann diese Crawler jetzt muss ich mir grad anders hinsetzen so weiter geht's rein in die die gar nicht gruselig aussehende Höhle da ist noch einer oh und da haben wir ja auch schon äh ja diese Monstrosität geht die ist nicht besonders stark an soviel kann ich mich immerhin erinnern also beziehungsweise sie ist sehr stark aber sie hat keine besondere Reichweite und man kann sie und dann kann sie aus entsprechender Distanz angreifen und treffen ohne dass sie einen treffen kann und so schnell besiegt man die Minecrawler Königin ist gar kein Problem so und dann haben wir hier Minecrawler Aya ja ja grad eben gucken wir haben schon wieder 50 Lernpunkte das ist richtig richtig gut denn wir haben äh 55 Stärke ich glaub dann können wir die Stärke einfach mal maxen und danach sparen für zwei Hände oder? ich denke das ist keine so schlechte Idee wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal zurück gucken mal nach den Templern und Asgarn ob die irgendwas zu sagen haben jetzt wo wir die Königin umgehauen haben würde mich doch sehr wundern wenn die jetzt nichts dazu sagen würden und dann sind wir eigentlich fertig hier mit der mit der alten Mine erwache ich hab das Nest der Königin gefunden im Namen der gesamten Bruderschaft danke ich dir dafür möge der Schläfer auch weiterhin seine schützende Hand über dich halten da ist doch kein Problem der Schläfer erwache hab ich doch gerne gemacht erwache könnte mir aber auch irgendwie was dafür geben eigentlich ich habe das Nest der Crawler gefunden wunderbar Gehe nun zurück ins Lager und beende deine Mission Chor Kalom erwartet dich bestimmt schon der Schläfer erwache das er wache er hat gar nichts dazu gehört so alles klar was ist mit Asgarn das ist das sozusagen nö Asgarn interessiert es auch einfach nicht dass wir sein Leben erleichtern oder erleichtert haben ich bin ja überlegen ob wir einfach mal ein bisschen hier amok laufen weil es gibt gute Erfahrungen aber erstmal nicht vielleicht machen wir das später nochmal so so in Kapitel 4 vielleicht so in Kapitel 4 vielleicht ja mit Ian könnten wir nochmal reden gucken ob der noch irgendwas dazu zu sagen hat aber ich bezweifle es ehrlich gesagt fast schon so wenig wie Asgarn gesagt hat dazu nämlich nichts glaube ich auch fast nicht dass Ian irgendwas zu sagen hat aber wir versuchen es einfach mal oh doch ich habe das Nest gefunden dann kehrt jetzt hier endlich wieder Ruhe ein ha 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 nichts für ungut gute Arbeit Kleiner hier nimm diese Kiste Bier für deine Mühen na toll eine Kiste Bier ich schau mich mal um mach keinen Ärger das war nicht mal eine Kiste Kiste sind auch 24 bei dir kann ich tauschen ja 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 aber wir können uns eigentlich mal das Erz hier holen hoffentlich und dafür geben wir ihm jetzt bin ich schon wieder hier in irgendeinem Handelsmenü das tut mir tut mir sehr leid dass irgendwie meine Videos heute daraus bestehen dass ich oder mein Video hier heute daraus besteht dass ich ja nichts auf die Reihe bekomme ich habe nicht mal was was ich gekommen wir verkaufen ihm jetzt einfach 50 Pfeiler so viele Pfeiler brauchen wir eh nicht ja und dann können wir eigentlich äh die alte Mine verlassen und was wir versuchen könnten ist den Wald auseinander zu nehmen der da so neben der alten Mine ist der also zwischen hier und altem Lager das können wir eigentlich mal probieren das können wir eigentlich mal probieren so mal eine Sekunde kurz so entschuldigt da musste ich ja mal kurz Pause machen ihr habt aber nichts verpasst Moment da habe ich doch eben was gesehen das sind noch ein paar Pilze ich dachte das wäre irgendwas spannenderes so dann drücken wir hier nochmal auf schnell speichern und dann gehen wir mal wieder aus der Mine raus ich habe ja gesagt ich mache so ein paar Minütchen länger ja wir sind jetzt bei 31 Minuten aktuell ich ja ich würde sagen so 2 Minuten noch vielleicht das kompensiert dann hoffentlich für für den Anfang dieser Folge und ja schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare was ihr von dem Intro haltet also wie gesagt ich will ja eine Abstimmung also ein Link für eine Abstimmung in die Beschreibung packen und wenn ich das hinbekomme dann würde ich auch würde ich auch einfach den gleichen Link nochmal als Kommentar anpinnen weiß ich aber noch nicht wie das geht und dann könnt ihr mir ja mal sagen ob ihr oder was ihr was ihr von dem von dem Intro haltet oder generell von dem Intro haltet ich denke so so ein paar so ein paar Meinungen die jetzt mehr sind als das ja nein Intro blöd und äh lieber anderes Intro können können ja nicht schaden und dann würde ich mal sagen machen wir hier einfach mal Schluss in der nächsten Folge kümmern wir uns dann davon um die Blutfliegen und auch so um das Mowrat hier und was auch sonst noch so in diesem Wald hier rumeiert und dann würde ich sagen bis dahin Ciao Ciao